Sagen Sie mir, was ich wissen will. Ich weiß wirklich nicht, wovon Sie sprechen. Sie werden Ihn so nie wiedersehen. Sie haben die feuchte Familie! Das ist das coolste Handy, das je gebaut wurde. Sekunde, ich schicke das Video gerade auf meinen Computer. Hallo? Hallo. Können Sie mich hören? Ich brauche Ihre Hilfe. Wer ist da? Chloe? Nein, nein, nein. Mein Name ist Jessica Martin. Ich bin entführt worden. Das Telefon, das ich hier habe, ist kaputt. Bitte legen Sie nicht auf. Vielleicht erreiche ich sonst nie wieder jemanden. Oh mein Gott. Da kommt jemand. Wollen Sie hier sterben? Nein! Oh Gott. Oh Gott. Uns wurde von einer möglichen Entführung berichtet. Ist jemand hier? Polizei! Es ist Besuchter. Du musst ihn loswerden. Was ist hier passiert? Diese Polizistin. Sie war korrupt, Jack. Vereilung. Mein Sohn hat gleich Schulschluss. Die dürfen ihn nicht kriegen. Hilfe! Ich muss mir Ihren Wagen leihen. Nein, Sie dürfen sie nicht verlieren. Wo ist sie? Der Akku ist gleich leer. Haben Sie ein Ladegerät? Ich durchsuche den Wagen. Wow. Ich bezauge uns ein Ladegerät. Keine Sorge, ich finde ihn. Schnee! Hier geht es um Leben und Tod. Haben Sie ein Ladegerät? Sir, warten Sie, bis Sie dran sind. Entschuldigung. Hey, ziehen Sie eine Nummer. Vergib mir jetzt dieses verdammte Ladegerät! Ich habe kein Recht, Sie darum zu bitten. Aber Sie sind die einzige Hoffnung für meine Familie. Ich brauche Ihren Wagen. Woher sind Sie? Wie bist du da reingerutscht? Ich bin nur ans Telefon gegangen. Hallo? Sind Sie dran? Sind Sie dran? Sind Sie dran?